WM Quali, zweite Runde geht weiter, Japan gegen die Mongolia, Japan gewinnt 6 zu 0, ist ein beachtliches Ergebnis, 1 zu 0, 22. Minute Minamino, 29. Yoshida, 34. Nagatomo, 40. Nagai, 57. Sakai, 82. Kamada, das waren die Tore. Ja, statistisch gesehen hätte es auch noch viel eindeutiger ausgehen können. Japan hat 20 Schüsse, Mongolia 0. Japan hat 11 aufs Tor, Mongolia 0. Japan hat 77% Ballbesitz, Mongolia 23. Also, hätte auch noch eindeutiger ausgehen können. Japan ist in der zweiten Runde in Gruppe F und ist Erster mit 6 Punkten und die Mongolia ist Dritter mit 3 Punkten. Glückwunsch an die Japaner.